Also wir haben in eine Zeit geblickt, in der von Hessen noch gar keine Rede war und von diesem Punkt aus sind wir jetzt fast 1800 Jahre weit gereist. Wir haben schicksalhafteste Momente besucht, von der Entstehung der Landgrafschaft über die Teilung Hessens bis in eine Zeit, in der Hessen mit sich selbst im Krieg lag. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Ausflug in die hessischen Tropen gemacht. Also ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass ich auch nochmal eine Menge gelernt habe im Rahmen dieser Folge. Na da, mein Bimmelchen für Sie, Äpfel, 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 äpfel. Nein, mit dem Motz weg, Herr Reude. Hallo, kriege ich hartkass? Nein, du hast gerade dick Suppen. Hier, mach's gut, Schluss, aber gut. Mach's gut, viel Spaß. Ei Gude und herzlich willkommen bei Hestory, dem hessischen Geschichtspodcast. Mein Name ist Felix Burkhardt und ich bin Alexander Maser. Und für diese Folge haben wir uns einiges vorgenommen, sag ich immer. Ja, einiges ist gut. Nichts weniger als eine Tour durch mehrere Jahrhunderte hessischer Geschichte. Ein richtiger Rundumschlag, denn wir wollen heute Hessen mal richtig auf den Grund gehen. Wir haben uns ganz, ganz kleine Ziele gesteckt. Wir wollen nämlich wissen, woher Hessen kommt, wann und wo war und ist Hessen. Das klingt vielleicht erstmal etwas komisch, aber führt man sich vor Augen, dass unser heutiges Land Hessen erst 1945 entstand und in der Form vorher nie existierte, dann kann man sich schon die Frage stellen, wo war Hessen vorher und wo nicht? Wir nehmen euch heute mit auf eine Reise zu Momenten, die Hessen ausmachten, Hessen vereinten, Trenden und zu dem Land machen, das es heute ist. Und man kann sagen, dass diese Folge für uns beide von vornherein sehr wichtig in der Planung für den Podcast war, weil sie viele Dinge der hessischen Geschichte nachvollziehbarer machen und Hessen territorial und auch geschichtlich ein gewisses Profil geben kann. Ja, und relativ bald haben wir gemerkt, Mist, dafür reicht eine Folge bei weitem nicht. Jo. Dementsprechend handelt es sich hierbei um den ersten Teil einer Doppelfolge. Das ermöglicht uns an manchen Stellen einen etwas tieferen Einblick und wir müssen nicht so das die Jahrhunderte hätten. Aber da sprichst du ja schon den Punkt an, wir reisen durch die Jahrhunderte und da haben wir uns was Kleines zur Unterstützung überlegt. Ganz genau. Wir haben hier nämlich ein kleines Rad der Zeit aufgebaut und an dem werden wir in dieser Folge und natürlich auch in ihrem zweiten Teil ordentlich drehen. Na dann, spann uns mal nicht unnötig auf die Folter und dreh das Rad. Nichts lieber als das. Wir schauen uns jetzt erstmal an, ab wann wir womöglich von Hessen reden. Los geht's! Das dreht sich aber lange. Ah jo, mir müssen auch weit zurück. Aha. Und wo oder vielmehr wann sind wir jetzt gelandet? Im ersten Jahrhundert nach Christus. Ist das dein Ernst? Haben wir denn jetzt schon mit Hessen zu tun? Das wäre mir aber neu. Naja, das ist nicht so ganz klar. Wir sind jetzt bei den Ratten gelandet. Bei wem? Bei den Ratten. Ah, die waren ja schon mal Thema in der letzten Folge. Das war ein germanischer Stamm, ja? Mhm. Genau. Aber mittlerweile weiß ich sogar, wie sie ausgesprochen werden. Ah, ein Fortschritt. Immerhin. Aber sag doch mal, Alex, was haben denn die Ratten mit Hessen zu tun? Also, einerseits lebten die Ratten, um es nochmal zu betonen, in Teilen des heutigen Hessens. Im Gebiet zwischen Eder und Schwalm, um Fritzlar, bis ins Gießener Becken hinein, in die Wetterau und in den Taunus. Sogar im Taunus gab es wahrscheinlich die Ratten. Andererseits gibt es die Theorie, dass die Ratten die Namensgeber für unser schönes Land Hessen sind. Puh, 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 Steile These. Ratten, Hessen? Ich weiß ja nicht. Also, ich bin tatsächlich zu wenig Linguist, als dass ich mir darüber irgendwie ein Urteil erlauben könnte. Ähm, aber ich versuch's mal. Also, es ging wohl von Hatti, so wurden sie um 100 nach Christus genannt, über Hatti, Hatsi, Hasi. Gesundheit. Danke. Also, Hasi wurden sie wohl so um 700 nach Christus genannt und letztlich Hesi um 738 nach Christus. Und von Hesi zu Hessen ist es dann auch gar nicht mehr so weit. Also, das hat wohl mit der sogenannten zweiten Lautverschiebung in der germanischen Sprachgeschichte zu tun. Diese Veränderung einiger Laute in den germanischen Sprachen fand wohl im 6. bis ins 8. Jahrhundert nach Christus statt. Und womöglich haben wir diesem Phänomen unseren heutigen Namen zu verdanken. Dabei möchte ich es jetzt aber auch bewenden lassen. Das ist ja toll. Aber kannst du uns abseits der Lautverschiebung vielleicht noch ein paar Dinge über die Ratten mitgeben? Also, wenn sie quasi unsere hessischen Vorfahren waren, dann wollen wir doch ein bisschen tiefer einsteigen. Na, aber herzlich gerne. Also, erstmal möchte ich eindrücklich davor warnen, in den Ratten sowas wie die Urhessen zu sehen. Menschen sind von jeher wanderwillige Wesen gewesen. Und dort im heutigen Hessen, wo ab dem frühen ersten Jahrhundert nach Christus von den Ratten die Rede ist, lebten vorher andere Menschen. Zum Beispiel Kelten. Und davor wiederum andere Menschen, von denen wir aber in Ermangelung an schriftlichen und archäologischen Quellen einfach nicht so viel wissen und über die wir nicht so viel sagen können. Aber über die Ratten gibt es also Schriftquellen? Ja, gar nicht mal so wenige. Eine der berühmtesten Passagen über die Ratten stammt vom römischen Geschichtsschreiber Tacitus, den ich hier einmal kurz zitieren möchte. Das Volk hat härtere Körper, straffe Glieder, drohende Miene und größere Lebendigkeit des Geistes. Sie haben, für Germanen, viel Berechnung und Geschick. Sobald sie Jünglinge sind, lassen sie Haupt, Haar und Bart wachsen. Und erst, wenn ein Feind erschlagen ist, legen sie die angelobte und der Tapferkeit verpflichtete Kopftracht ab. Und weiter heißt es. Ähm, keiner hat Haus oder Feld oder irgendein Geschäft. Wie sie eben zu anderen kommen, werden sie ernährt. Reich lebend von Fremdem, des Eigens verächter bis Greisenalters Erschöpfung, sie für solch harte Mannhaftigkeit unfähig macht. Der gute alte Tacitus. Ähm, ja, vielleicht sollten wir an dieser Stelle anmerken, dass besonders die römischen Geschichtsschreiber, ganz im Gegensatz zur heutigen Geschichtswissenschaft, nicht ganz so sehr den Anspruch der Objektivität hatten und mit ihren Schriften auch immer eine, naja, Wertung oder eine politische Botschaft mitgegeben haben. Ja, bei Tacitus war es vor allem eine Kritik an der römischen Gesellschaft, die empfand er zu dem Zeitpunkt, als er lebte, schlichtweg als zu dekadent. Weshalb er mit den, ich setze es mal in Anführungsstrichen bitte, ähm, edlen Wilden einen Gegenentwurf machte. Und mal ganz davon abgesehen, war Tacitus nie selbst in Germanien. Ach. Mhm, sondern er bezog sein Wissen aus anderen Werken. Um es mal auf Denglisch zu sagen, sein Know-how war irgendwie gerade so secondhand. Hm. Aber nochmal zu den Ratten. Tacitus sagt, dass sie nicht einmal Häuser hatten und eigentlich so gänzlich wild und unkultiviert waren. Stimmt das überhaupt? Nicht so wirklich. Also, archäologisch lässt sich diese These nicht halten, denn wir haben durchaus kleinere Dörfer und Gehöfte der Ratten. Ähm, aber Dörfer mit mehreren hundert Einwohnern dürften hier wohl eher die Seltenheit gewesen sein. Also schon ein Unterschied zu ihren Vorgängern in Hessen, den Kelten, die ja beweisbar richtige Städte hochgezogen haben. Absolut. Ähm, wobei man aber teilweise davon ausgeht, dass die Ratten manche keltische Orte, ähm, auch weiterhin nutzten, zum Beispiel als Fluchtburg. Die Ratten waren über die Jahre in verschiedene Konflikte mit Rom involviert. Unter anderem sehr wahrscheinlich waren sie auch beteiligt an der sagenumwobenen Varusschlacht 9 nach Christus. Die römischen Rachefeldzüge ab 14 nach Christus kosteten die Ratten wohl ihren Hauptort Matium oder Matium. Ähm, allerdings ist bis heute nicht belegt, wo dieser einmal gewesen ist. Die Ratten waren also außerordentlich kriegerisch. Naja, ich würde mehr sagen notgedrungen kriegerisch. Aber nicht so, wie es manche nationalistische oder auch manche heutige popkulturelle Interpretation nahelegt. Die Ratten, wie viele andere germanische Stämme, ähm, waren eher Bauern. Schlecht bewaffnet und gegen Rom in offener Feldschlacht natürlich vollkommen chancenlos. Am erfolgreichsten waren sie, wenn sie aus dem Hinterhalt agieren konnten, quasi mit einer Guerillataktik. Das taten sie über die Jahre immer wieder, auch wenn sie um 83 bis 85 nach Christus in den Rattenkriegen, in den sogenannten deutliche Gebietsverluste in der Wetterau hinnehmen mussten. Ein weiterer kleiner Anschluss, wenn ich das sagen darf, von unserer ersten Folge zur Saalburg. Ähm, und Rom entlastete sich dann also mit dem Limes, der sich ab dieser Zeit entwickelte. Da waren also die Ratten nicht ganz unschuldig dran. Aber um das Thema vielleicht mal abzuschließen, was wurde denn aus den Ratten? Das ist nicht so ganz sicher nachzuvollziehen. Besonders nach der Aufgabe des Limes ist nur noch in wenigen Quellen von den Ratten die Rede. Das Machtvakuum, das die Römer hinterließen, füllten zunächst die Alamannen, ebenfalls Germanen, die etwas größer und besser organisiert waren und auch so eine Art mehrere kleinere Könige und Königsitze hatten. Interessanterweise auch dort, wo damals die Kelten ihre Hauptsitze hatten. In Hessen unter anderem am Glauberg und dem Dünsberg. Das heißt, die Ratten wurden von diesen vertrieben oder wie darf man sich das vorstellen? Naja, auch das können wir nicht so ganz genau nachvollziehen. Es ist aber wahrscheinlicher, dass sie unter Alamannische und später dann unter Fränkische Herrschaft gelangten und oder darin quasi aufgingen. Wir wissen ja nicht mal zu 100 Prozent, ob sich die Ratten selbst als Ratten sahen und als Kollektiv verstanden. Oder ob das vielmehr eine Fremdzuschreibung der Römer für mehrere kleinere Stämme war. Dementsprechend sind das alles Fragen, die wir wohl nie zur Gänze und auch nicht mit Sicherheit beantworten können. Was wir aber mit großer Sicherheit sagen können, ist, dass die Ratten keine ganz homogene Gruppe waren, die schon immer hier war und streng und immer unnäßig blieb. In ihnen finden wir also nicht die Urhessen, denn die gibt es nicht. Aber wo ich gerade schon bei den Franken war, lass mich doch das Rad noch ein wenig weiter drehen. Na dann, dreh mal am Rad. Hier machen wir einen kürzeren Halt, versprochen. Wo ist denn hier? Im Frankenland Hessen. Das klingt wirklich falsch. Ich weiß, ich weiß. Aber die Franken, nicht im Sinne der heutigen Franken, haben die Geschichte Hessens wesentlich beeinflusst. Ist das so? Auf jeden Fall. Ab etwa Mitte des 6. Jahrhunderts war das Gebiet des heutigen Hessens unter fränkischer Herrschaft. Ich verzichte jetzt auf einen Exkurs durch die Frühzeit der fränkischen Geschichte. Keine Sorge. Aber so viel sei gesagt, dass die Region unter den Franken christianisiert wurde. Der Missionar Bonifatius, der da sehr involviert war, erhielt übrigens das Papstschreiben, in dem erstmals von den Hessi die Rede ist. Na das ist ja jetzt doch interessant. Wann war denn das? Das war bereits um 738. Bonifatius versuchte in den hessischen Gefilden aber nicht nur das Christentum an sich zu etablieren, sondern es etablierte sich gleichzeitig auch ein Kirchenwesen, das maßgeblich an der Verwaltung der hessischen Gebiete im Frankenreich beteiligt war. Aber die Franken brachten also nicht nur das Christentum? Nein, die Franken brachten natürlich noch viel, viel mehr. Ja, Hessen war bereits unter Karl dem Großen, also um 800, eines der Kernländer für das Frankenreich. Die Franken teilten es in Gaue auf, die von Grafen verwaltet wurden. Sicherlich ist das einer der Gründe dafür, dass sich hier kein eigenes Stammesherzogtum, wie man das so nennt, etablieren konnte, wie das in Sachsen, Bayern oder Schwaben der Fall war. Würdest du sagen, ist das vielleicht ein Grund, weshalb Hessen über die Jahrhunderte eigentlich größtenteils ein Flickenteppich war und blieb? Naja, sagen wir es so, zumindest hatte das bestimmt einen Einfluss darauf, auch wenn das mit Sicherheit nicht der einzige Grund war. Einer dieser Grafen, der besonders hervorzuheben ist, ist Konrad, dessen Familie um 900 für weite Teile Oberhessens verantwortlich war. Durch seine Nähe zu Kaiser Arnulf, dessen uneheliche Tochter Konrad heiratete, wurde er im Frankenreich ein einflussreicher Adliger, der es letztlich sogar zum König des Ostfränkischen Reiches schaffte. Das dürfte nochmal herausstreichen, wie zentral Hessen seinerzeit war. Die Konradiner, also sein Adelsgeschlecht, herrschten in Hessen bis ins 10. Jahrhundert. Dann gelangten die einzelnen Grafen zu mehr Macht über ihre Territorien, bis letztlich durch Heirat und Erbschaft ein Großteil Hessens an die Ludowinger Grafen beziehungsweise den späteren Landgrafen von Thüringen fiel. Das war so in etwa vom 12. bis ins 13. Jahrhundert. Das wird ja immer bunter. Erst die Franken, dann die Thüringer. Wann regieren denn mal die Hessen Hessen? Naja, das dauert tatsächlich noch ein bisschen. Jedenfalls könnte man zu den Franken, ihren Nachfolgern und den Verstrickungen Hessens jener Jahrhunderte sicherlich noch viel, viel mehr sagen. Insbesondere über die heutige Mainmetropole Frankfurt, die ja namentlich noch an diese Zeit erinnert. Aber das soll an dieser Stelle als kleiner Impuls ausreichen. Ja, die Geschichte Hessens im Mittelalter liest sich ja aber generell fast wie ein Roman. Also Intrigen, Kriege, Heiratspolitik, Bündnisse, Seitenwechsel und Hinterlist. Alles nicht zu knapp. Dann Stress mit Thüringen, dann über die Jahrhunderte hinweg mit Mainz. Also ausreichend Stoff für weitere Folgen. In jedem Fall war man aber schon früh bemüht, aus dem hessischen Flickenteppich ein größeres Ganzes zu formen. Das kann man, glaube ich, sagen und drehe ich jetzt mal am Rad und dann schauen wir doch mal die eine besondere Episode etwas genauer an. Wir schreiben das Jahr 1228. In Marburg an der Lahn kommt eine Gruppe Reisender an, aus Thüringen. Ich weiß, ich weiß schon wieder die Thüringer. Also eine Gruppe Reisender aus Thüringen kommt an, genauer gesagt eine Mutter und mehrere ihrer Kinder. Was damals noch keiner weiß, diese Reise bzw. diese Flucht wird für Hessen einmal von historischer Bedeutung sein. Na, jetzt machst du es aber spannend. Ist es ja auch. Denn die Ankommende ist niemand Geringeres als die spätere heilige Elisabeth. Elisabeth war Landgräfin von Thüringen, musste aber nach dem Tod ihres Mannes, Ludwig IV., fliehen. Denn es brach relativ bald einen Konflikt um ihren Besitz aus. Der Nachfolger des verstorbenen Landgrafen verdrängte Elisabeth nach einigem Hin und Her schließlich vom Hof. Und so kam sie mit ihren Kindern gewissermaßen als Geflüchtete nach Marburg. Sie selbst starb nur drei Jahre nach ihrer Ankunft in Hessen und kehrte nicht wieder nach Thüringen zurück. Aber damit ist die Geschichte ja jetzt noch nicht vorbei, oder doch? Also so eine Flucht aus Thüringen ist ja noch nicht gleich etwas Bedeutendes für die hessische Geschichte. Stimmt natürlich. Also Elisabeth selbst hinterließ ihre hessischen Spuren vor allem in der Geschichte Marburgs, wenn man das mal so sagen darf. Denn noch im Jahr ihrer Ankunft, also 1228, gründete sie ein Spital vor den Mauern der Stadt und versorgte dort die Kranken. Außerdem sollen sich bereits kurz nach ihrem Tod mehrere Wunderheilungen am Grab ereignet haben, was ihr schließlich auch die Heiligsprechung einbrachte. Und egal wie viel an den Wundern nun tatsächlich dran ist, Tatsache ist, sie wird heute sowohl von Katholiken als auch von Protestanten verehrt und gilt als Schutzpatronin Thüringens und Hessens. Ja, wir wollen ja jetzt auch nichts gegen unsere Thüringer Nachbarn haben. Wir teilen uns natürlich gerne die Schutzheilige und die Landesbank und mal ganz davon abgesehen, bin ich auch persönlich sehr verbunden mit Thüringen. Selbstredend, selbstredend. Aber insgesamt gäbe es übrigens noch sehr, sehr viel mehr zu Elisabeth zu erzählen, denn bei Dingen wie dem Rosenwunder sind wir ja noch gar nicht gewesen, aber wir sollten ja auch noch weiterkommen. Also wir erinnern uns, Elisabeth kam seinerzeit mit ihren Kindern nach Hessen, darunter ihre Tochter Sophie. Das ist die Sophie, die Herzogin von Brabant wurde, richtig? Richtig. Durch Heirat, Herzogin von Brabant und wiederum Mutter eines sehr bedeutenden Sohnes, nämlich Heinrich I., genannt Heinrich das Kind. Das Kind, ja, ja. Für diesen versuchte nämlich nun Sophie, das Erbe der Ludowinger geltend zu machen. Dieser Streit zog sich schon ein bisschen hin und war bereits mit einer der Gründe dafür, wieso Elisabeth Thüringen verlassen musste. Wir erinnern uns. Da gibt es jetzt einmal mehr unzählige Kapitel und Unterkapitel, aber an dieser Stelle vielleicht mal das Wichtigste. Eingedampft, nach dem Tod ihres Mannes 1248 war auch die Position Sophies, beziehungsweise die ihrer Kinder im Kampf um die Besitzung aufs Neue gefährdet. Deswegen stellte Sophie am 23. April desselben Jahres in Marburg den deutschen Orden unter ihren Schutz. Das war insofern bedeutend, als dass die Ludowinger, über deren Erbe wir ja die ganze Zeit reden, dem deutschen Orden zahlreiche Schenkungen versprochen hatten. Und mit diesem Akt von Sophie wurden die Schenkungen bestätigt. Netter Effekt für sie. Damit wurden Sophie und ihre Kinder wiederum vom deutschen Orden geschützt und sie hoffte so, ihre Ansprüche in Thüringen und Hessen zu sichern. So weit, so gut. Das wurde allerdings von ihren Kontrahenten, vor allem den Vettinern, nicht akzeptiert. Und der Konflikt eskalierte schließlich im hessisch-thüringischen Erbfolgekrieg. Da kürzen wir jetzt etwas ab, an dessen Ende ein Ergebnis mit Folgen bis heute stand. Sophie konnte für sich und ihre Nachkommen zwar die Länder in Hessen sichern, verlor aber die in Thüringen. Und so kam es dazu, dass Sophies Sohn, Heinrich das Kind, später in den Genuss genau dieses Teilbesitzes kam. Als erster Landgraf von Hessen. Nun, man könnte meinen, dass jetzt zusammenwuchs, was zusammengehörte. Aber bereits 1567 erfolgte eine neuerliche Teilung Hessens, die fast vier Jahrhunderte andauern sollte. Dreh das Rad und lass uns teilhaben. Also gut, vielleicht war ich da gerade ein bisschen pathetisch. Denn es kam natürlich über die Jahrhunderte immer mal wieder vor, dass Teile Hessens unter Erben oder durch Heiratspolitik aufgeteilt wurden. Allerdings waren diese Teilungen nie von Dauer. Aber nun sag schon, wer hat es denn verbockt? Landgraf Philipp der Großmütige war das. Wobei man ihn vielleicht eher Philipp den Unterteilenden hätte nennen sollen. Hm. Fangen wir doch vielleicht erst mal an. Von wo bis wo reichte denn ursprünglich Philipps Hessen? Och, das war gar nicht mal so klein. Also im Norden bis nördlich von Hof Geismar, östlich noch bis nach Eschwege, im Süden mit Unterbrechungen bis südlich von Darmstadt, Zwingenberg da die Ecke. Und westlich mit größeren Lücken war sogar Sangoa Teil der Landkraftschaft. Ja, das ist ja schon mal eine räumliche Dimension. Warum teilte er das denn nun auf? Naja, genau genommen teilte er es nicht wirklich aktiv auf. Er verfügte in seinem Testament, dass seine vier Söhne Hessen gemeinsam regieren sollten. Das war vermutlich ein bisschen naiv. Ja, ein kleines bisschen naiv. Und leider auch so ein bisschen hessische Tradition, denn da wurde immer viel aufgeteilt. Aber Philipp hatte auch für den Fall vorgesorgt, dass seine vier Sprösslinge sich nicht vertragen und um Hessen streiten würden. Der älteste Sohn, Wilhelm, erhielt das größte Stück vom Kuchen, Hessen-Kassel, das fast die Hälfte Hessens ausmachte. Ludwig erhielt die hessischen Stammlande und die eigentliche Hauptstadt mit Hessen-Marburg. Das war so etwa ein Viertel. Hessen-Rheinfels um Katzen-Ellenbogen. Nur etwas mehr als ein Achtel war das ungefähr. Das ging dann an Philipp den Jüngeren. Und Hessen-Darmstadt mit etwas weniger als einem Achtel ging an den Jüngsten, Georg. Und es steht zu befürchten, dass also jeder von den vier Burschen dann fortan sein eigenes Süppchen kochte. Mehr oder minder. Also man regierte getrennt seine eigene kleine Landgrafschaft, verstand sich aber dennoch als den anderen irgendwie zugehörig. Man hatte ein gemeinsames Wappen, teilte sich gewisse Verwaltungsaufgaben und und und. Doch auch nach dem Tod zweier Brüder, die keine Nachkommen hatten, fanden die Hessens nicht mehr gänzlich zueinander. Übrig blieben die zwei späteren bekannten Landgrafschaften, Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt. Und weil es noch nicht genug ist, dass diese Trennung für Jahrhunderte bestehen blieb, nein, beide Hessens waren sich lange Zeit spinnefeind. Na, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja, das ist kaum zu überhören. Im Krieg. Oje, willst du mir etwa sagen, dass... Ganz genau. Hessen zog gegen Hessen zu Felde. Ach du, Arnz ist nett. Und wann soll das gewesen sein? Wo sonst als im Dreißigjährigen Krieg? Gut, das hätte man sich denken können. Der Dreißigjährige Krieg hat ja die deutschen Lande, aber auch ganz europagehörig auf den Kopf gestellt. Da ist es ja fast logisch, möchte man sagen, dass Hessen, so mittig in Deutschland gelegen, auch davon betroffen war. Ganz recht. Im Grunde ging der Knatsch schon während der Erbteilungen los. Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt konnten sich, insbesondere bei der Aufteilung Hessen-Marburgs, schlichtweg nicht zu beiderseitiger Zufriedenheit einigen. Hier ging es auch um konfessionelle Belange. Was uns nun auch zum Dreißigjährigen Krieg führt. Vielleicht ein paar Worte dazu. Bei genauer Betrachtung handelt es sich beim Dreißigjährigen Krieg gar nicht so wirklich um einen Krieg mit klaren Parteien und Zielen. Vielmehr bestand er aus einer Vielzahl einzelner Konflikte und Kleinkriege. Kein Wunder bei 30 Jahren Verwüstung und Verheerung. Jede der unzähligen Kriegsparteien, die nicht selten auch die Seiten wechselten, hatte zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Motive, an diesen Konflikten teilzunehmen. In Hessen war das natürlich nicht anders. Aufgrund verschiedenster Umstände landeten Kassel und Darmstadt auf unterschiedlichen Seiten. Mehrfach gerieten die Landkraftschaften in diesen 30 Jahren aneinander. Und als ein Großteil der Kampfhandlungen dieses unfassbar langen Krieges bereits eingestellt war, kämpfte man in Hessen noch einmal direkt gegeneinander. Denn irgendwie war die Sache mit Marburg immer noch nicht so ganz vom Tisch. Tatsächlich war der hessische Krieg um 1647, 1648 im engeren Sinne sogar der letzte Kleinkrieg im großen 30-jährigen Krieg. Sie konnten es nicht lassen. Und was war nun das Ergebnis? Wer ging als Sieger hervor? Naja, also wie soll ich sagen? Also eigentlich gab es kein richtiges Ergebnis. Also Hessen-Kassel bekam seine Gebiete zurück, die es zuvor im Laufe des 30-jährigen Krieges an Hessen-Darmstadt verloren hatte. Und eigentlich war nach all dem Radau alles beim Alten größtenteils. Und Sieger gab es eigentlich noch viel weniger. Eigentlich gab es nur Verlierer. Denn die Landkraftschaften waren verwüstet und die Hälfte der Untertanen war tot. Es dauerte Jahrzehnte, bis man sich ansatzweise von den Folgen des Krieges erholte. Na, das hat sich aber gelohnt. Ach ja, so viel Chaos und Unruhe. Da hat es das Hessenland ja doch ziemlich heftig mitgenommen. Das muss man erstmal wieder abschütteln. Allerdings. In dem Zusammenhang hätte ich aber was anzubieten. Ein kleines Gefühl von Fernweh und tropischer Sonne. Na, jetzt überrasch mich. Gut, ich gebe zu, leichte Kost ist es auch wieder nicht, historisch gesehen. Aber doch zumindest ein bisschen exotisch. Denn, kaum zu glauben, aber Hessen hat auch eine Kolonialgeschichte. Kolonialgeschichte? Kolonien. Hessen. Also du meinst, du sprichst jetzt von unserem Hessen. Ah ja, jetzt keine Besitzung in Hülle und Fülle, wie das britische Empire vielleicht. Aber so ein paar hessische Versuche gab es eben doch, auch woanders die Muskeln spielen zu lassen. Und ein Großprojekt, wenn wir das mal so nennen dürfen, wollen wir da mal herausgreifen. Nämlich Hanauisch Indien. Zur Mitte des 17. Jahrhunderts stand die kleine Grafschaft Hanau vor einem ziemlichen Problem. Man litt nämlich unter chronischen Finanzproblemen. 1669 kamen Graf Friedrich Kasimir und sein Geheimrat Johann Joachim Becher, klangvoller Name, deshalb auf eine vermeintlich grandiose Idee. Zur Verbesserung der finanziellen Lage sollte in Südamerika ein Gebiet der niederländischen West-Indien-Kompanie als Lehen genommen werden. Und da wollte man einen blühenden Handelsstützpunkt errichten. Aha. Und wie darf man sich das jetzt vorstelle? Man ist ja jetzt sicher nicht einfach von Hanau irgendwie über Dumas und Rhin dann irgendwie losgesegelt und hat dann die Flagge dort gehisst oder doch? Nein. Also ganz so abenteuerlich war es nicht eher formell. Ein Vertrag wurde aufgesetzt und mit diesem Namen Hanau auf dem Papier ein Gebiet im heutigen Brasilien, Surinam und Französisch-Goyana in Besitz. Und da plante man tatsächlich das Königreich Hanauisch-Indien zu errichten. Okay, interessant. Aber so richtig langlebig war das ganze Projekt ja wohl nicht, oder? Also denn bekanntermaßen hat sich Hanau nicht wirklich zu einer kolonialen Großmacht entwickelt. Ja, also man kann ganz klar sagen, dass sich Graf Friedrich Kasimir und sein Geheimrat da ziemlich verhuckt haben. Allein schon die geografischen Dimensionen waren ja absurd. Also nicht nur lag die Kolonie in Südamerika Tausende und Abertausende von Kilometern von ihrem, sagen wir mal, Mutterland entfernt. Zumal der Zugang, wie du schon gesagt hast, der Zugang Hanaus zum offenen Meer damals wie heute sehr beschränkt war. Auch die Größenverhältnisse waren krass. Also die Grafschaft Hanau umfasste zum damaligen Zeitpunkt ca. 1500 Quadratkilometer und die Neuerwerbung dagegen fast 100.000 Quadratkilometer. Das entspricht dem Fünffachen der Fläche des heutigen Hessen. Also man muss also feststellen, dass man weder genug potenzielle Siedler noch eine echte, dauerhafte, tragfähige Verbindung hatte. Geschweige denn finanzielle Mittel für die Erschließung. Und so verlief die ganze Unternehmung knapp drei Jahre nach ihrem Beginn auch wieder im Sande. Der französisch-niederländische Krieg machte dann auch noch dem ursprünglichen Vertrag den Garaus und 1672 verschwand Hanauisch-Indien von der Weltbühne. Und mit ihm das wahrscheinlich abenteuerlichste Stück der hessischen Kolonialgeschichte. Und vermutlich auch das Einzige. Ja, das Größte jedenfalls. Alex, meine Güte, was haben wir jetzt schon für eine Reise hinter uns? Also wir haben in eine Zeit geblickt, in der von Hessen noch gar keine Rede war und die Hatten hier das Sagen hatten. Und von diesem Punkt aus sind wir jetzt fast 1800 Jahre weit gereist. Wir haben schicksalhafteste Momente besucht. Von der Entstehung der Landkraftschaft über die Teilung Hessens bis in eine Zeit, in der Hessen mit sich selbst im Krieg lag. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Ausflug in die hessischen Tropen gemacht. Also ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass ich auch noch mal eine Menge gelernt habe im Rahmen dieser Folge. Und ich denke, unsere Zuhörenden sind von dieser weiten Reise jetzt mindestens genauso erschöpft wie wir. Wir haben quasi schweißgebadet nach unserem Ausflug in die Tropen jetzt. Ja, für die letzten 200 Jahre hessischer Geschichte, die wir eigentlich jetzt noch offen haben, nehmen wir uns in der nächsten Folge noch ein bisschen Zeit. Die brauchen wir auch, denn es geht ja auch weiterhin ordentlich rund in Hessen. Freut euch also auf den zweiten Teil dieser Folge. Wir haben jetzt hier mal einen richtigen Cliffhanger. Genau. Und wenn ihr die nämlich nicht verpassen und frühestmöglich erfahren wollt, wie es mit den hessischen Landen weitergeht und welchen heutigen Teil Hessens wir noch überhaupt gar nicht erwähnt haben, dann abonniert unseren Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Oder seht, denn wir sind auch auf Instagram vertreten, wo es immer mal wieder Wissenswertes über Hessen gibt, auch mal zwischendurch. Um die Sehnsucht nach der nächsten Folge etwas zu lindern zum Beispiel. Richtig. Und dort könnt ihr natürlich auch mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns immer über Feedback und Anregungen. Ja, dann bleibt ja eigentlich nur noch eins zu sagen. Auf Wiederhören und bleibt schön gesund. Und bis zum nächsten Mal bei Hestory, dem hessischen Geschichtspodcast. Und tschüss. Und tschüss.